Einen wunderschönen guten Abend. Hat er gerade von mir als Maul gesagt? Ja, hat er. Meine Damen und Herren, es singt für Sie heute das Niveau. Du wärst nicht der Erste, den ich am Arsch lecke. Was vermutet Ihr passiert mit Devil, wenn ein Wolfental mit... Nein, 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 nein. Ich habe zwei Katzen. Ich habe die Köln schon, Alter. Bei Devil kommt jetzt das Programm von Windows Stop Working. Untertitelung des ZDF, 2020